hier bei uns ist derzeit viel geboten, hier auch auf UR Watchlist, weil in Regensburg derzeit das Transit Filmfest gestartet hat und irgendwie auch sonst viel zu tun mit Podcasts, viele Filmstarts zurzeit und viele gute Filmstarts auch oder auf jeden Fall sehr spannende aber wir haben uns trotzdem wieder hergesetzt für eine neue Folgenbesprechung von Gen V und ich freue mich auf jeden Fall sehr, die Serie ist schon abgeschlossen eigentlich, aber wir hinken noch ein bisschen hinterher, aber ja, ich sitze heute hier wieder mit David und Daniel mir ist nicht der Name, ich habe nicht den Namen vergessen zwischenzeitlich ja, wie geht's euch? Richtig gestresst schon von der Anmod ja, gut, also ich bin ich war es ja jede Woche, aber ich bin heute nochmal besonders gespannt, was ihr zu der Folge sagt ich finde, du hast es auch sehr gut getroffen es ist echt ein bisschen stressig, ich habe heute eine halbe Stunde, bevor wir gerade aufnehmen habe ich noch meine Notizen fertig gemacht zu der Folge, war echt spät dran ein bisschen, weil es einfach gerade viel zu gucken gibt aber ich freue mich trotzdem meine Notizen habe ich nur in meinem Kopf ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt der Felix hat das ja letzte Woche schon richtig erraten oder schon befürchtet gehabt, dass es eine Füller-Folge wird ja, aber ich fand für eine Füller-Folge war die okay ja, da kommen wir noch dazu also ich bin gespannt genau, wie immer wir spoilern hier Gen V und The Voice und dann würde ich sagen legen wir einfach gleich los oder habt ihr noch was vorweg? ich habe nichts mehr vorweg also wir haben uns heute kann man ja dazu sagen die Folge aufgeteilt also die letzten Male habe ich ja immer thematisch durch die Folge geführt heute mache ich die erste Hälfte und Felix macht die zweite Hälfte und die anderen geben einfach immer so ihren Senf dazu so ein bisschen und genau ich glaube du hast wieder ein paar allgemeine Infos mitgebracht zu der Folge die heutige Folge heißt Jumanji ist von Rachel Goldberg inszeniert worden die hat jetzt vor allem bei so ein paar Serien oder sowas mal ein bisschen was gemacht jetzt nichts ganz groß Bekanntes ist für mich immer sehr praktisch weil irgendwie die meisten Folgen immer eine Bewertung von 7,8 haben ich muss immer gar nichts ändern ist auch mit 40 Minuten ein bisschen kurz die kürzeste oder? ja es gab schon ein paar 40 Minuten ich glaube die zweite oder sowas war auch ziemlich kurz ja kurz zum Titel wollen wir darüber jetzt schon sprechen warum das Jumanji heißt ich habe da als erstes erwartet dass irgendwas mit Rufus passiert oder sowas da hatten wir diesen Jumanji Gag ja können wir können wir darüber sprechen also ich habe es so gedeutet das heißt Jumanji weil in dem Film Jumanji ist es ja so dass sie in das Spiel reingezogen werden genau und hier werden sie eben in Cates Kopf reingezogen im Laufe der Folge ja ist auch so meine Erklärung ja mehr habe ich eigentlich schon gar nicht dann können wir gleich inhaltlich anfangen wir fangen mal wieder an unserer Lieblingslocation diesem Partyhaus an noch ganz kurz ich möchte was zum Rückblick sagen und zwar hast du einmal den Rückblick gelohnt dass der nicht immer zeigt was wichtig ist aber seit der letzten letzte Folge schon und dieses Mal auch ist es so hier wir zeigen dir noch mal wie Maries Eltern sterben also ja hast du dich ein bisschen vertan ich habe den auch angeguckt und habe gedacht oh ja ein bisschen ein bisschen zu früh gelobt das Ganze da hast du recht im Partyhaus kennen wir uns ja auch mittlerweile schon relativ gut aus also ich habe noch mal so ein bisschen auf die Hintergründe geachtet jetzt gerade in der ersten Szene wo wir das Haus sehen da sieht man zum Beispiel dieses Black Noir Schild dass man was immer bei den Orten hing wo was passiert ist wo man sagt ja ja man soll nicht gucken und so das haben sie anscheinend geklaut und auch in dem Haus gehabt das fand ich ganz cool wir haben ein Godolkin Street Straßenschild ein Dawn of the Seven Plakat wo jemand einen ganz großen Penis drauf gemalt hat ein Starlight Plakat und ein Plakat wo drauf steht Girls Get It Done wo Maeve Starlight und Stormfront drauf sind was ja eine Anspielung an diese eine Szene aus Dawn of the Seven ist wo sie wiederum Avengers parodieren wo es so eine Frauenszene ist wo die Frauen zusammenstehen und sagen ja ja wir schaffen das zusammen die fand ich ganz witzig dass ich es auf dem Plakat habe und vor allem dass es da drin hängt so nach dem Motto ja das ist ein altes Plakat weil eigentlich ist ja Stormfront in Ungnade gefallen zu Recht aber jetzt jetzt hängt das Plakat immer noch bei denen und ich habe einfach wieder gedacht dieses Set Design ist geil da war auch ein Schild Beer Time echt finde ich passt auch sehr zu Dusty irgendwie mir ist die die Lampe aufgefallen und zwar ist der Lampenschirm aus lauter diesen diesen roten Bierkorn Bierpornbechern echt das werde ich aufhören witzig ich fand mich schon inspiriert ich habe immer so was selber zu bauen ja und da ist ja auch irgendwo im Hintergrund ist irgendeine Deko wo sie so ganz lang über der Bar glaube ich an der Decke so ganz viele BHs aufgehängt haben das ist mir noch nicht aufgefallen da muss ich nochmal reingucken ich finde einfach man merkt die haben da wirklich so mit nach realem Vorbild so ein übertriebenes Partyhaus gebaut Kate lässt Emma wieder sich an alles erinnern und sieht man schön nochmal so zwei drei Schlüsselszenen aus der Serie vorher was Emma erlebt hat und Emma geht ab und beleidigt sie so ein bisschen beiläufig was ich eigentlich ganz gut fand weil Emma ist ja in dieser Gruppe schon noch so ein bisschen die so ein bisschen außen vor ist weil sie ja nie so viel mit anderen zu tun hatte und für sie bedeutet es jetzt auch gar nicht so viel dass Kate das gemacht hat sie ist einfach nur so ja du fotze oder sowas und geht dann ab also genau und sie verlässt dann eben auch die Gruppe relativ schnell weil sie wieder so ein bisschen ihren eigenen Arc bekommt in der Folge Jordan und Marie hingegen sind ein bisschen genervter davon und konfrontieren Kate und man merkt ihr doch jetzt was wir ja letzte Woche kritisiert haben an dass sie sehr geschwächt ist weil sie taumelt ja schon so ein bisschen bevor sie später dann wirklich umkippt man hat das Gefühl das kostet sie doch sehr viel Energie natürlich auch ein kleines bisschen willkürlich wann sie es jetzt so viel Energie kostet und wann nicht das hat mich aber jetzt gar nicht so gestört ne mich auch nicht und ein Stichpunkt den Daniel den du letzte Woche gesagt hattest der hier mal wieder sehr gut trifft sie erweitern die Kräfte von allen Figuren sie erweitern nämlich auch die Kräfte von Kate weil sie kann die Gedanken hören von den anderen das heißt die sagen zwar nichts zu Gemeines aber sie hört dass sie eben enttäuscht von ihr sind dass sie sie beleidigen und so weiter was ich auch echt stark fand kommt ja in der Folge später noch wird nochmal aufgegriffen aber das macht irgendwie das macht sie dann doch noch zu einer interessanteren Figur ja und noch ein bisschen verletzbarer genau ein bisschen menschlicher vielleicht sogar noch und macht sie ja noch ein bisschen stärker auch irgendwie also da ist es ja aber auch kein Neuentdecken von einer Kraft sondern die hat sie ja aber haben wir schon mal gehört aber wir entdecken das genau für uns ganz genau also wir wir kriegen es mit nach und nach André sitzt in einem anderen Zimmer in dem Haus ich dachte erst kurz beim ersten gucken dass das sein Unizimmer wäre und hab gedacht wieso ist er da jetzt aber er sitzt auch in dem Haus ich glaube es ist sogar dieses Zimmer wo wir in der Folge vorher gesehen haben wo der Feuerspucker und die Meerjungfrau drin waren weil da nämlich glaube ich auf dem Tisch auch noch so Koksleins sind und er in der Ecke auf so einer Couch sitzt ich bin mir aber nicht ganz sicher und wir haben da bin ich ja immer ein bisschen kritisch eine relativ langweilige Titel-Einblendung ich finde es immer cool wenn man da irgendwie so das mit dem Bild verbindet und da wird es halt einfach drauf geklatscht so bringt sich dazu sich in sie zu verlieben das heißt er hinterfragt auch seine Beziehung zu ihr so ein bisschen leitet ganz schön den Konflikt ein der sich ja in ihm durch die ganze Folge zieht Marie gibt aber eher so ein bisschen der Uni die Schuld und vergleicht das Ganze ja auch mit ihrer mit dem Red wie hieß das Red River Institute glaube ich wo sie vorher war und sagt im Endeffekt ist das alles der gleiche Scheißverein und ja ich hab dann überlegt stellt euch mal vor ihr wärt in so einer Situation man hätte sich doch eigentlich ein bisschen mehr aufgeregt oder? mhm also ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt ja es kommt schon rüber dass die Kate jetzt nicht mehr vertrauen so aber dieses totale plötzliche Aufregen dieses Entsetzen so ja es war mir ein bisschen zu wenig bei Emma sieht man das ja 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 stimmt bei Emma passt es ja auch die nennt sie eine Kant und haut ab genau ja aber bei den anderen ja die anderen hocken halt dann mit ihr rum ne ja aber es ist vielleicht auch ein bisschen Zeit vergangen schon zwischen der letzten Folge also nicht einen Tag oder so aber zumindest ein bisschen was dann vielleicht schon wieder zwischen dem Ende der letzten Folge ja alle haben ja ihr Gedächtnis wieder ne dann hat sie den wiedergegeben und André ist wahrscheinlich rausgestürmt und hat die Tür zugeschlagen und will halt allein sein also ich hab's so verstanden dass da überhaupt keine Zeit vergangen ist sie hat André die Erinnerung zurückgegeben dann war ein Cut die nächste Folge findet statt in der Zeit dazwischen hat sie nur eben Jordan und Marie auch die Erinnerung zurückgegeben ja genau aber ich mein jetzt kriegt's eben Emma und dann machen wir gleich weiter André ist im Zimmer nebenan vielleicht waren die ja da schon angepisst ja gut aber das sind halt zehn Minuten also ich finde man hätte es ein bisschen mehr zeigen können aber es ist natürlich jetzt hier wieder einfach so das sind Details die einen nur stören wenn man zu tief ins Detail guckt so ein bisschen ja Jordan unterbricht aber dieses Gespräch durch einen Hilferuf weil Kate in der Küche zusammengebrochen ist und so eine Art Anfall hat also es wirkt so ein bisschen wie so ein epileptischer Anfall das scheint ja dann auch die extreme Folge von ihren Kräften zu sein sie ist doch schon mal umgekippt oder es gab doch war das am Ende von Folge 2 glaube ich wo sie im Keller genau wo sie bewusstlos wird nachdem sie die ganzen Leute gepusht haben um André zu retten genau und keiner kann erste Hilfe was ich irgendwie sehr relatable fand sie gesagt haben so hast du's nicht gelernt und dann benutzt Marie mal wieder ihre Kräfte auf eine neue Art indem sie den Puls kontrolliert und da merkt man auch anders als bei den Kräften von von Kate dass sie sich damit noch nicht so richtig auskennt weil sie auch sagt ja was wenn ich sie töte was wenn das nicht klappt aber es klappt eben doch und sie schafft so ein bisschen den den Puls zu beruhigen genau und wir sehen zum ersten Mal die Küche von dem Haus wo mir aber jetzt nicht ewig viele Details aufgefallen sind außer dass auf dem Teppich ein relativ großer Blutfleck ist oder was aussieht wie ein großer Blutfleck ich mir gedacht hab ja ist wahrscheinlich eine wilde Party gewesen da oder von oder es kommt von von Maries Kräften das kann natürlich auch sein genau ich find aber man merkt natürlich der Serie jetzt nach und nach an dass sie die Orte an denen gedreht wird immer wieder recyceln das passt natürlich auch aber so dieses Zimmer dieses allgemein dieses Haus auch die Orte an die wir später noch kommen das sind alles Plätze die wir die wir schon kennen deswegen können wir da jetzt auch nicht mehr so groß Details raussuchen weil wir immer denken ja da haben wir schon drüber gesprochen ne das stimmt aber ich mein es passt ja auch zur Serie dass das sich so ein geschlossener Campus mäßig anfühlt klar und es ist halt wahrscheinlich auch einfach eine Budgetfrage ja sowieso ja und sie stecken wahrscheinlich das meiste von dem Budget auch in die Kräfte rein ja äh eben als nächstes kommen wir in die Woods Felix du wirst leider enttäuscht Betsy ist kein Drachenmensch wie du es gerne gehabt hättest schade hab ich ein bisschen enttäuscht sondern Betsy ist einfach halt ein Mädchen das halt die Feuerkräfte hat ja langweilig so schlimm und Indira und Dr. Kodosa kommen in ihre Zelle und Betsy wurde anscheinend mit dem besagten Virus über das wir letzte Woche gesprochen haben infiziert und kann ihre Kräfte nicht nutzen ich fand das witzig wie sie nur so ein bisschen so Funken schlägt anstatt Feuer zu machen so irgendwie ganz ganz schlau gemacht und wir lernen hier schon die Infektion dauert zwei Tage und das Ganze ist nicht ansteckend für Menschen das ist mir gerade aufgefallen vielleicht ist ja ihre Kraft dass sie sich in einen Drachen verwandeln kann maybe und kann sich jetzt eben nicht mehr verwandeln heißt es ist noch Hoffnung es ist noch Hoffnung wobei jetzt nach der Folge ist es egal ja es ist keine Hoffnung mehr aber das könnte sein weil es auch so Magie schnipsen und dann wird sie zu einem Drachen ich glaube an den Traum finde ich ein Verfechter dieser Theorie finde ich sehr gut also ich ich fand das mit dem Virus ich finde es wild ich finde es geil weil das einfach in dieses Boys Universum nochmal da so so die Kräfte verschiebt irgendwie und so eine ganz neue Komponente reinbringt das passt auch sehr gut von dem was die Leute da so machen würden um die unter Kontrolle zu halten ganz genau es macht es ja nicht nur krank oder sondern es raubt ihnen eben auch diese Kräfte irgendwie so das finde ich schon spannend ich finde dann Indiras Erklärung danach ein bisschen schwach warum jetzt Cardosa das weitermachen weiterforschen soll im Endeffekt ist es halt sie setzt ihre Autorität durch ja also die Erklärung ich habe schon wieder vergessen wie genau sie das erklärt hat eigentlich sagt sie also es kommt ja raus dass das Ganze von Wort entwickelt worden ist und eigentlich das jetzt der Punkt ist wo sie Wort Bescheid geben müssten aber Indira will eben noch mehr Fortschritt und will dass die Dosis erhöht wird ja gibt es da aber was sagt sie denn da als Begründung weißt du noch ja irgendwie sowas wie wir können uns noch nicht sicher sein wie es ja das wirkt und sowas und ähm also ich fand das war keine richtige Erklärung und ich habe mich dann auch gefragt was will sie genau warum das erfahren wir ja noch das erfahren wir nur noch ich frage mich wieso sind diese Woods unter der Schule ja also vielleicht wird es ja noch erklärt aber da habe ich mir jetzt auch wieder gedacht du gehst ja so viele Risiken ein die ja auch alle passieren irgendwie Sam läuft mal weg zwischendurch und der erinnert sich dran und da muss das Gedächtnis wieder von Kate gelöscht werden und hier und da wieso ist das nicht einfach woanders wo ist die Verbindung zur Schule so ich meine so auch Sicherheitsaspekt technisch ist doch Quatsch also du hast Schüler die durch Wände laufen können oder so wieso machst du das dann praktisch unter deren Wohnzimmer ja vielleicht vielleicht kommt da ja noch irgendwie eine Erklärung dass sie dann an mehr Schülern rum experimentiert haben und immer deren Gedächtnis gelöscht haben oder so das wäre das einzige was ich mir vorstellen kann und wir wissen ja dass Brink sehr stark involviert war ja vielleicht hängt das auch damit zusammen dass er das Ganze angestoßen hat eine Universität Forschung ich bin so ein bisschen bequem ich würde das gerne an der Uni machen da muss ich nicht woanders hinfahren so einen Kilometer rausfahren das war ja zu weit das ist schon ein bisschen dumm aber wer weiß vielleicht kommt es ja noch es kam bei der Serie jetzt schon überraschend oft Sache wo wir gesagt haben Beuys ist dämlich und vier Folgen später ist dann erklärt worden wieso das so war deswegen noch nicht zu früh judgen ich finde auch dass hier wieder sehr auffällt wie sehr Shetty diese Soups zu hassen scheint also ich glaube ja immer noch dass da was mit dieser Tochter kommt weil sie hat in dieser einen Szene mal gesagt ja ich hatte mal eine Tochter ich glaube irgendwas dass das irgendwie ein Soup hat ihre Tochter umgebracht und deswegen äh macht sie jetzt alles um die Soups zu töten oder sich zu rächen an denen ja das klingt sehr vernünftig das das stimmt ja weil sonst sie hat ja auch sonst überhaupt keine keine Motivation so böse zu sein ja ich finde sie aber bisher noch immer nur so mittelmäßig ich finde sie ein bisschen schwach als auch als Bösewicht irgendwie aber mal schauen ich finde es variiert auch nähere Theorien welcher Held die Tochter umgebracht haben könnte ne also keinen speziellen ich glaube das ist einfach nur also irgendeiner vielleicht lässt sich's ja dann noch irgendwie mit nem mit nem Cameo Auftritt verknüpfen mhm also ich könnte mir vorstellen sehr gut sogar dass innerhalb der letzten beiden Folgen noch irgendein Sub den wir kennen auftaucht in nem Rückblick oder so vielleicht in nem Rückblick oder vielleicht auch im Rahmen von dieser Parade über die wir ja gesprochen haben die vielleicht stattfinden könnte mhm und vielleicht ist es ja dann so dass genau der Sub auftritt sei es jetzt Deep oder Homelander oder keine Ahnung wer auch immer der dann für den Tod verantwortlich ist und deswegen will sie den Virus und den Sub will sie dann anstecken oder irgendwie sowas mhm ja maybe hast du Theorien oder glaubst du ja nicht so dran ich hab jetzt mal auf Homelander gesetzt weil bei dem sonst nicht so ein persönlicher Fall da ist ich mein bei A-Train hast du ja aus The Boys und Mother's Milk ist ja da genauso mhm bei wem war das Home Soldier Boy hat da doch irgendwie ein Auto durchs Haus geworfen oder so ja 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 genau und Homelander wäre jetzt dann der der noch offen ist finde ich zumindest halt in der Verbindung zu einer Figur die wir gut kennen weil wir haben ja schon diese Szene mit Homelander wo er die Frau dann dazu bringt sich umzubringen und vom Dach zu hüpfen und so oder dieses ähm dieses Flugzeug was er mit allen Leuten drin explodieren lässt aber aber da hast du recht das würde dann dem nochmal eine persönlichere Komponente geben das könnte gut sein und ein Homelander Cameo wäre natürlich auch das das Ding so ja weil Homelander ist und äh und Billy Butcher sind halt die Figuren die für die Boys Serie stehen und einen von beiden da vorkommen zu lassen im Finale wird schon passen und ich weiß nicht wie Butcher da reinpassen sollte also da wäre Homelander schon stimmiger wir sind zurück im Partyhaus Kate wird im Hauptraum den wir eben schon gesehen haben aufs Sofa gelegt sie führen das Koma so ein bisschen auf ihren Zustand zurück und Dusty kommt dazu Dusty hat irgendwie ein wildes Outfit mit so einer großen Bauchtasche und so einem Bademantel fand ich sehr lustig und plötzlich während sie sich eben über Kates Zustand unterhalten wacht Kate auf und verschwindet genau im gleichen Moment was war euer euer erster Gedanke als das passiert ist genau weil die Szene hat man ja schon im Trailer von der Folge gesehen den ich gesehen hatte und da dachte ich dass das jetzt Dustys Power ist dass er merkt okay die wacht auf und springt so auf und dann zack teleportiert er sie woanders hin wo sie praktisch dann nicht nochmal irgendwie Schaden anrichten können oder was auch immer ja das war so mein Gedanke ja ich hab mich erstmal gefragt hä sie wird sich jetzt doch sicherlich nicht auch noch teleportieren können das wäre schon ein bisschen zu viel und dann wird das ja ziemlich schnell aufgelöst und auch ziemlich schnell in eine andere Richtung gespunnt was man merkt okay irgendwas geht hier ganz ganz anders ab ich dachte erst sie wird unsichtbar ja weil weil dann ist ja direkt im Anschluss als dann diese Mindfuck Sequenz beginnt sehen wir ja wie die Rückwand von dem Raum sich so aus auflösen ich dachte kurz wird sie jetzt unsichtbar und baut diese Wand auseinander hast du gedacht hä was passiert hier jetzt ich musste da auch hier an die wie heißt die Figur nochmal von den Fantastic Four Susan Storm Susan Storm das war auch eine meiner Gedanken weil sie auch so blonde Haare hat ganz genau ganz genau ja aber dann lernen wir eben relativ schnell dass es nicht so ist die Wand löst sich auf und sie gehen durch und drehen sich um und das Haus scheint auch sich so ein bisschen aufzulösen ich fand die Effekte geil ich mochte das dass sich alles so am Bildrand so ein bisschen dieses Haus löst sich auf später löst sich ja auch der Wald so ein bisschen in Einzelteile auf oder eben das Zimmer von Kate was wir dann später sehen und das sah auch gut aus fand ich ja so diese die Steine die dann rumgeflogen sind und so ja das mochte ich irgendwie also sie laufen dann durch den Wald ich dachte auch erst da habe ich noch nicht gecheckt dass es in ihrem Kopf ist da dachte ich sie gehen halt einfach hinten aus dem Haus raus irgendwas stimmt mit dem Haus nicht und sie laufen durch den echten Wald ok ja und es ist mal wieder dieser dieser schöne Satz den wir schon so oft gehört haben von Marie vielleicht ist sie mächtiger als wir dachten ja und dann wir sehen hier schon die Blitze im Hintergrund die später ja auch noch eine Rolle spielen und ja dieses Waldsetting habe ich gerade beim zweiten Gucken auch gedacht ist halt einfach ein billiges Setting deswegen setzt man das in den Wald aber fand ich jetzt hier nicht schlimm also war in Ordnung ja aber mit den Effekten mit den Effekten zusammen ist es zumindest nicht so basic ja sie stolpern dann so ein bisschen in einen Rückblick rein nämlich aus Kates Kindheit Kates Mutter und ein Polizist suchen den Bruder der schon seit drei Tagen verschwunden ist und Kind Kate kommt dann eben dazu und beide Erwachsene vermitteln aber boah halt mal lieber Abstand ich fand witzig dass Kind Kate nach drei Tagen verschwundenem Bruder doch irgendwie noch sehr gut gelaunt ist am Anfang von dieser Szene und er kommt so lachend an gerade so Mama Mama und so hä aber gut ganz egal ja man sieht halt dass alle Kate so sehr distanziert vorsichtig so angstvoll behandeln und das finde ich gibt dem was sie erzählt hat nochmal Nachdruck weil sie hatte von der Geschichte ja schon mal erzählt aber ich finde es trotzdem schön dass wir es jetzt nochmal sehen also irgendwie hat mir das gut gefallen und da gab es dann auch eine Andeutung oben bei diesem Infoteil von Amazon Prime das erinnert sehr an eine Folge von The Boys Staffel 3 Folge 7 wo wir Mindstorm kennenlernen erinnert ihr euch noch an Mindstorm? ne muss ich sagen jetzt nicht ne ich hab mich auch überhaupt nicht mehr an Mindstorm erinnert und ich hab dann nochmal nachrecherchiert das ist auch einer aus der Payback Truppe ich glaube das ist der erste den Soldier Boy dann jagt und töten möchte und er ist dann mit Huey und Butcher auf dem Weg zu Mindstorm Mindstorm kann auch Gedanken lesen und kontrollieren durch Augenkontakt aber also nicht durch das Anfassen und der hatte bei Wort ne Show als Zauberer was ich sehr lustig finde gerät dann aber außer Kontrolle und tötet später aus Versehen ne Biker Gang in dem sie dehydrieren während er sie in ihren Albträumen gefangen hält äh wilde Story das wird aber auch nur am Rande erzählt das sehen wir nicht in The Boys und er wird dann wahnsinnig wegen den Stimmen in seinem Kopf hat auch so ein bisschen so eine gespaltene Persönlichkeit ähm und wird dann eben im Endeffekt von Soldier Boy gefangen und getötet aber vorher schafft er es noch Butcher einzufangen und Butcher wird dann sozusagen in seine eigenen Erinnerungen gesetzt und sieht immer wieder wie sein kleiner Bruder von dem Vater verprügelt wird ich weiß nicht ob ihr euch da noch dran erinnert oder es wird auch angedeutet dass da noch mehr Missbrauch dahinter steckt und so und ja ist dann doch irgendwie sehr nah da dran das hatte ich aber gar nicht mehr Erinnerung also diese ganze aber jetzt wo du es sagst da gab es auf jeden Fall eine Szene das stimmt diese ganze Folge ist irgendwie nicht so hängen geblieben also wir hatten ja letzte Woche auch über Mesmo gesprochen über Mesmerizer den Bösewicht und der war wirklich einer der wenigen so kleinen Antagonisten die so richtig da geblieben sind also Mindstorm keine Ahnung wusste ich nicht mehr und besagter Soldier Boy tritt dann auch direkt auf beziehungsweise ist es ja nicht genau dieser Soldier Boy sondern es ist Cates imaginärer Freund Soldier Boy der dann so ein bisschen ja der haut ein paar Jokes raus ein paar Sprüche unter anderem dass Kate gezeigt hat wie man masturbiert mit einem Soldier Boy Kissen und einer der besten Jokes der Folge wo wo Dusty dann ihm so die Faust hinstreckt und so sagt ja man Bruder und Soldier Boy so fick dich das fand ich schon sehr lustig ich fand generell diese Szene war großartig war eine meiner Lieblingsszenen in der Folge ich fand sie haben es auch wieder mal geschafft so wie diesen The Deep Cameo in Form eines Videos hier auch Soldier Boy sehr gut einzuarbeiten finde ich und ich fand auch echt seine Sprüche hilarious also ja und irgendwie gleichzeitig schafft man es so diesen Soldier Boy Charakter einzufangen also der fühlt sich schon so an wie Soldier Boy ja auch in der Serie aber man fühlt schon auch so dieses Teenie Hafte in ihm also er ist nicht so die ganz ernste Figur die er ja in der Serie ist ja ist ja mehr der Soldier Boy den Kate halt aus Filmen und Werbung ganz genau das ist ja dann auch als sie darüber reden dass er eigentlich ein Kommunist ist und er so nein nein mein Blut ist rot also Amerika rot nicht Kommunist genau was ich interessant fand sie sagen ja dann zu ihm du bist Kommunist gewesen war er aber ja nicht also wir haben ja in der in der Serie gelernt dass das so ein Komplott war gegen ihn von Wort um ihn aus dem Verkehr zu ziehen und ihn so ein bisschen zu diskreditieren aber eigentlich war er ja nie dieser er war ein böser Mensch aber kein Kommunist und ich finde interessant dass das bis heute aber aufrechterhalten wird also die Studenten glauben ja dass er Kommunist war oder? ja und passt ja auch dazu dass sie ihn dann aus Russland irgendwie rausgeholt haben ich glaube das hat man dann als Wort irgendwie ich glaube in einer der ersten Folgen da haben wir noch drüber gesprochen dass bei einer der Nachrichtensendungen stand irgendwie drei russische Angriffe und da wurde auch Bezug auf diesen Soldier Boy Vorfall genommen und ich glaube deswegen ist auch noch immer deswegen denken auch noch immer alle Soldier Boy hat was mit den Russen und den Kommunisten zu tun wäre jetzt so meine meine Theorie das könnte gut sein beziehungsweise Soldier Boy spricht dann auch an dass André ja Cates Fickfreund ist in der Synchro und das scheint ja auch unter den anderen Common Knowledge zu sein oder? Da sind sie auf jeden Fall noch nicht schockiert in dem Moment wissen die das ja alle die wissen ja das was bei denen läuft genau das haben sie ja auch gesehen genau genau und da frage ich mich dann natürlich später regen sie sich ja in einer gewissen Szene sehr auf hier tun sie das noch nicht und mich wundert es ein bisschen dass sie hier das noch nicht komisch finden dass André und Kate ungefähr einen Tag nach Soldier Boys Tod miteinander anbandeln weil von da an kriegen sie es ja mit und trotzdem sagt keiner was später dann aber doch ja ja Details aber dann kommt ein bisschen sehr direkter Exposition Talk von Soldier Boy dass er erzählt ja wir sind in Kates Kopf und die Blitze die da explodieren sind platzende Blutgefäße und wenn ihr hier drin sterbt dann sterbt ihr auch in echt so ungefähr ich hab's mir auch gedacht weil natürlich gibt's irgendeine Gefahr diese Blitze natürlich gibt's auch eine tickende Uhr hey ihr könnt nicht ewig hier drin bleiben das fand ich auch ein bisschen doof also dieses ganze Konzept ist halt schon zusammenkonstruiert so ja wir machen jetzt noch hier ein zwei Gefahren aber es ist nicht zusammenkonstruiert also es ist ja schon logisch es ist ja schon stimmig es passt sehr gut es hat mich nur sehr daran erinnert es ist halt nicht neu es ist überhaupt nicht neu aber ich find's durchaus stimmig weil wir haben vorher schon gelernt Kate ist völlig fertig wenn sie zu viele ihre Kräfte benutzt und dass das zu ihrem Tod führen könnte find ich schon stimmig ja aber ich find das Konzept wir holen sie nicht nur in den Kopf von Kate sondern natürlich bauen wir auch noch eine Zeitfrage und eine Gefahr ein ist irgendwie so ein bisschen es ist halt klassische Storytelling ist ein bisschen boring finde ich ich find's nicht schlimm also okay man sieht dann eben auch kurz wie sie in der realen Welt um Kate rumliegen auf dem Boden beziehungsweise man sieht nicht alle weil man sieht Dusty nicht der liegt hinter der Krasch wahrscheinlich ja der stand ja da oben ähm Soldier Boy sagt dann natürlich auch wieder ein witziger Gag der sagt was ihr unbedingt wissen müsst und dann explodiert er halt und sie ziehen weiter sozusagen und andere sagt noch der war schon ein Schwanz oder ist ein bisschen angepisst von Kates imaginary friend also ich ich seh's wie du ich fand das super das Cameo mir hat das gut gefallen ich find das war gut eigengearbeitet ähm stimmig hat Spaß gemacht hat nicht gestört ich fand die auch beim zweiten Mal noch super lustig einfach was sagst du die Szene mit der die Masturbationsszene die fand ich ein bisschen übertrieben wo er dann so ein Begriff nach einem anderen aus da dachte ich mir dann so ja okay irgendwann ja das ist ein bisschen abgenutzt dann ja aber sonst fand ich das ja hat gut gepasst dann begeben wir uns zu unserem Parallelhandlungsstrang im Autokino Emma erinnert sich eben an alles und kommt zurück zu Sam sie umarmen sich man hat im Hintergrund einen Spieleautomaten wo Magnetio Spieleautomat mit Polarity als Bild drauf ist dann Magnetio klingt schon sehr wie Magneto weiß nicht ob das eine absichtliche Anspielung war und da sind so diese diese Funko Pops drin die ja auch schon in der ersten Folge aufgetaucht sind oder so die es von den Helden gibt die so teuer verkauft werden ansonsten ist auch hier wieder in dem Setting habe ich jetzt nichts Neues entdeckt die ganzen Filmplakate haben wir ja glaube ich schon besprochen sie küssen sich sie haben mal wieder eine relativ gute Chemie reden über Sex er sagt er ist Jungfrau und dann löst man das eigentlich finde ich ganz nett mit dieser Consent Sache und dann haben sie eben da auf dem Boden vom Autokino was ich mir auch nicht so richtig gemütlich vorstelle haben sie Sex sie haben eine Decke stimmt hat sich schön zurecht gemacht und er sieht sie zwischendurch als Puppe was ich sehr wild fand also das ist schon wieder so dieses schön absurde Boys Ding und mal wieder ich habe mich wieder sehr gefreut ihr wisst ja wie ich bei sowas bin ich habe einen kleinen Continuity Fehler gesehen nämlich es ist ein Cut man sieht erst beide von vorne und da ist der Träger von MSBH ist runtergerutscht dann sieht man einen Shot auf Sam und dann sieht man wieder sie und dann sitzt es wieder alles ganz perfekt ist natürlich eine totale Kleinigkeit aber gerade beim zweiten Gucken finde ich merkt man so Sachen dann öfter mal aber stark dass dir das aufgefallen ist ich finde es immer sehr witzig wenn wir halt darüber reden wenn man merkt was mir jetzt auffällt was dir auffällt und was dir auffällt bei jedem fällt was anderes wie eben das mit den Lampen zum Beispiel ja was ist dir aufgefallen und zwar ist hier dann diese Puppe und mir ist dann eine Anspielung gekommen weil diese Puppenhand so an dieser Scheibe lang rutscht wisst ihr aus welchem Film Psycho Titanic 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 ja klar die Sexsinn im Auto wo man auch von außen praktisch diese Hand sieht an der beschlagenen Scheibe stimmt die ist sogar beschlagen die Scheibe oder vielleicht ist sie auch staubig die Scheibe aber es sorgt ja für den denselben Effekt mit der Puppenhand das fand ich auch so lustig ich fand wirklich also das war super witzig das war gut das ist die Art von Humor die ich halt auch so geil finde weil klar die Sprüche funktionieren oft aber die sind natürlich auch manchmal wie jetzt eben bei Soldier Boy ein bisschen plump und sowas einfach so völlig absurd aber was zeigen halt und nicht unbedingt jetzt wieder erzählen das hat mir gut gefallen ja zurück im Wald und Marie sie fragen sich jetzt was passiert wohl wenn Kate stirbt und sie noch hier drin sind ich hab mich irgendwie gewundert das hat Soldier Boy doch gerade erklärt Soldier Boy hat gerade gesagt ja ja ihr sterbt dann alle und eine Minute später fragen sie ja was passiert dann wohl also ich hab's mir vielleicht so erklärt dass sie das Soldier Boy Kameo im Nachhinein gedreht haben oder so aber sie treffen auf ein zerfallendes Haus und beobachten durchs Fenster ne junge Kate und ich fand diese junge Kate war echt gut zurecht gemacht die sieht wirklich jung aus oder? das stimmt das ist mir eh aufgefallen also ich fand auch die Kind Kate war stark gecastet aber das war gut gemacht und dann bei der bei der jüngeren Kate sie hat dann die gleiche Schauspielerin aber da die sieht auch einfach gute fünf Jahre jünger aus so gerade durch Frisur und Outfit und so haben die da echt viel gemacht und glaubt dass sie glaube ich hier nicht geschminkt ist und in anderen Szenen schon gut funktioniert sie schaut Videos über Mathe wo es um Integralrechnung geht wo ich gleich gedacht hab Trauma es heißt aber wohl sie war bevor sie auf die God You gekommen ist war sie nie in der Schule oder? oder zumindest sehr lange nicht in der Schule ja vielleicht hat sie auch immer nur so Online-Unterricht bekommen wahrscheinlich ja weil es ja dann auch später heißt wie lange sie da eingesperrt war und so und da kann sie ja nicht in der Schule gewesen sein ihr Zimmer ist irgendwie eine coole Kombi aus so einem klassischen Kinder-Teenie-Pferdezimmer aber eben dann auch Plakaten von Maeve, Countess und Soldier Boy unter anderem ein Crimson Countess-Film ein Thriller der heißt Whisky Sunrise und da hab ich nachgelesen der ist produziert der Produzent davon ist The Legend und The Legend haben wir ja in Staffel 3 von The Boys als diesen Heldenmanager von Ward kennengelernt der früher für Ward gearbeitet hat dann den Boys geholfen hat und Informant für die war dann aber glaube ich ein Bein verloren hat und dann sich von beiden Seiten abgewendet hat und das ist auch einfach so witzig das steht da nirgendwo aber es gibt halt in dieser Welt so diese lauter Verknüpfungen und so das hat mich auch wieder richtig gefreut erinnert ihr euch noch an den wie fandet diesen The Legend ich erinnere mich an den aber der spielt ja auch dann nicht mehr so eine Riesenrolle ich finde das war dann ein bisschen wasted auch der war so ein bisschen halt dieser klassische Filmproduzenten Verschnitt so Harvey Weinstein mäßig da mal einen Witz drüber gemacht und dafür war er da ja so ungefähr dann ist er wieder weg vielleicht kommt er ja nochmal ich glaube der stirbt nämlich nicht der wenigen wenigen Nebenfiguren die nicht direkt gekillt werden wieder was ich auch cool fand man sieht im Hintergrund so ein Tablett mit Essen das heißt wahrscheinlich wird das Essen ihr immer nur reingestellt und abgestellt damit man ihr nicht zu nah kommen muss und obwohl das Zimmer eigentlich so normal aussieht hat sie so eine Bunkertür wo ich mir auch gedacht habe sie könnte halt auch durchs Fenster gehen weil das Fenster ist ganz normales Fenster aber ja es hat so ein bisschen an diese Bunker in der Uni erinnert aber man merkt ja dann auch wenn Indira reinkommt dass sie selber Angst davor hat anderen Leuten zu begegnen und irgendwie so darauf getrimmt ist ich bin böse und finde ich auch irgendwie einfach nur zu sagen hey sie ist dann zehn Jahre eingesperrt ist natürlich krass aber ist halt nur gesagt aber ich finde man merkt wirklich ja auch ein bisschen dass sie das irgendwie mitgenommen hat dass sie mit keinem was zu tun haben darf oder so was man sich als böse sieht ja so eine sehr verletzliche Seite sieht man von ihr die man ja eigentlich abgesehen von ein paar Momenten in der letzten Folge nicht unbedingt von ihr kannte sie ist ja eher so gerade am Anfang als so badass inszeniert worden die Munter warnt auch als Indira dann reinkommt so ja ja gehen sie nicht zu nah ran und so aber Indira macht wieder ihren Psychologie-Talk und manipuliert Kate hier hat es jetzt aber für mich verhältnismäßig gut funktioniert weil ich eben fand diese dass dieses naive kleine ängstliche Kind auf sowas reinfällt oder auf sowas einsteigt finde ich deutlich stimmiger als wenn jetzt irgendwie später Marie oder so dann von ihr manipuliert wenn vor allem wenn auch niemand mit der in den letzten zehn Jahren irgendwie Kontakt haben wollte ja ja und dass mal dann einfach jemand da ist mit dem die halt so reden kann dann klar dass sie da drauf eingeht einfach das Gefühl sie schätzt dass jemand keine Angst vor ihr hat da könnte jeder halt sitzen und das ist ja genau das was du sagst ähm sie umarmen sich ja dann auch und Kate scheint so richtig richtig glücklich und sie kriegt von Indira diese blauen Tabletten die wir ja auch schon vorletzte Folge glaube ich schon mal kurz gesehen haben und anscheinend sind die ja oder gerne sagen wenn ihr es anders verstanden habt sind die ja dazu da dass sie die Stimmen der anderen die Gedanken der anderen nicht hört oder ja genau hier wird auch nochmal ein bisschen konfirmt dass sie wirklich so Gedanken lesen kann und ich finde das ist ja auch eine Anspielung an Professor X aus den X-Men der ja auch irgendwie fein als Kind alle Stimmen von überall hört und dann ein bisschen echt drunter leidet bis er dann diesen Helm hat und dann muss er irgendwie damit klarkommen und der nimmt ja auch dann in einem der X-Men Filme in Days of Future Past nimmt er ja dann auch Tabletten die ihm die möglich oder Spritzen glaube ich die ihm die Möglichkeit geben wieder zu laufen also sozusagen so ein bisschen wie sie so ein Alltagsleben zu führen aber dafür verliert er eben seine Kräfte und das passt natürlich hier auch ganz gut weil Indira schaltet die Kräfte aus die für sie selbst zur Gefahr werden könnten und lässt nur die Kräfte da die sie nutzen kann die Kräfte von Kate ja das finde ich aber ich bin gespannt ob das irgendwie nochmal erklärt wird wie das funktionieren soll dass dann nur diese Gedankenleskraft ausgeschaltet ist aber nicht die so Leute was machen lassen Kraft weg ist ja das stimmt das ist spannend aber ich glaube es geht halt darum dass ihr einfach die Stimme nicht hört und irgendwie dass das damit zusammenhängt ich kann mir auch nicht vorstellen dass sie das nochmal erklären ich glaube das soll auch einfach das soll so ein bisschen sein wie irgendwie so Antidepressiva oder sowas so ein bisschen habe ich jetzt so gedeutet ich weiß es nicht wir haben einen richtig coolen Übergang finde ich weil es wird rausgesoomt und die Szene die wir gerade noch hatten verschwindet und wir sehen sie auf einem Bildschirm in einem anderen Raum nämlich in der Crimefighting School in der wir wieder sind es wird noch ein Rätsel gelöst was wir uns letzte Woche gestellt haben wir haben uns nämlich gefragt ist Dasti noch Student und Dasti sagt ja ich war schon seit Jahren nicht mehr in einem Kurs es klingt aber so er ist schon noch Student er geht nur nicht hin geht nur nicht hin genau so habe ich es mir auch gedacht fühle ich und das Ganze ist irgendwie sehr voll also da sind lauter Leute es ist Unterricht wir sehen auch einen Dozenten den wir noch nicht kennen der aber auch keine Rolle spielt in der Szene die Leute die da sind scheinen unsere Hauptpersonen nicht zu sehen oder zumindest nicht als irgendwie herausstechend zu erkennen und Luke kommt rein alle sind so ein bisschen überrascht Luke hat eine sehr coole Jacke an finde ich ist mir auch aufgefallen mit den Knöcheln am Ärmel ne der hat so Knochen stimmt stimmt da sind so Knochen aufgenäht an den Armen so ein bisschen skelettmäßig was ja auch könnte man so deuten wahrscheinlich sehen wir dann das erste richtige Treffen von Luke und Kate wo sie so ein bisschen gestellten aber eigentlich ganz netten Dialog sich unterhalten und er eben sagt er schleimt sich ein bisschen ein sagt ja kann ich bei dir abschreiben ich fand das okay war schon aber am Anfang ein sehr schlechter Anspruch Anmachspruch du siehst sehr klug aus hast du dir noch nie jemand ich bin Lappen und möchte bei dir abschreiben weil ich nichts kann so ungefähr ja ja Andre ist das ganze sichtlich unangenehm und er möchte gehen geht dann auch ist auf dem Weg raus aber Luke spricht ihn an und sagt ich vermisse dich und da habe ich dann gedacht da ist schon echt gutes Schauspiel bei Andre gewesen als er dann so ein bisschen du siehst wirklich so wie ihn das berührt als er dann sagt ja ja ich vermisse dich dich auch und so und dann schwingt das ganze aber sehr schnell um als Luke sagt ja ich glaube dir nicht dass du mich vermisst weil man dann auch wieder richtig gut gemacht auf den Bildschirmen wie so eine Art Präsentation sieht dass eben Andre und Kate schon vor Lukes Tod was miteinander hatten ich glaube man sieht auch einmal Kates Zimmer mit diesem Golden Boy Plakat im Hintergrund ja ja jetzt es auch wir haben uns immer gefragt nach einem Tag haben sie ziemlich schnell verdaut aber das ist ja davor schon gelaufen fand ich aber irgendwie wurde wieder was aufgegriffen was wir ja kritisiert haben fand ich spannend mir ist auch aufgefallen weil es läuft ja auf den Bildschirmen teilweise sind diese Bildschirme nicht synchron also auf der einen auf dem einen Bildschirm küssen sie sich schon und auf dem anderen ist noch so Andre riecht noch gerade über ihr ja es läuft nicht das gleiche auf dem Bildschirm es läuft auf jeden ein bisschen was anderes es waren mehrere verschiedene Sachen ich habe das auch dann so gedeutet als würden sie mir halt damit zeigen wollen es läuft schon sehr lange es ist schon sehr oft passiert maybe ja das ist eine gute Erklärung ja wie findet ihr das? dass die schon davor zusammen waren? ja es klärt unsere unsere Fragen dass das so schnell drüber hinweg kommen ja genau und deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht also ich fand das war ein ganz guter Twist irgendwie ich finde auch und das man merkt ich finde an dem Punkt fängt man an zu merken wir haben jetzt nach und nach Szenen wo jede unserer Hauptfiguren nochmal so ein bisschen so eine Tiefe bekommen soll oder eine neue Ebene bekommen soll und das fand ich dann doof dass jede Figur die jetzt abgearbeitet wird und man dann nochmal auf die großen Probleme die alle die bekommen müssen ich fand es halt ein bisschen plump dass wir das so aneinander reihen dass wir sagen okay erst geht es um Kate dann geht es um André dann geht es um Jordan dann geht es um Marie so das war schon ein bisschen listenmäßig in sich fand ich diese Szenen aber eigentlich alle stark also gerade jetzt diese Szene die hat mir in sich total gut gefallen mit Luke die Szene machte ich auch sehr gern das ist noch wenn wenn die Kamera wenn man sieht dass die beiden Sex hatten dann wird ja der Raum dunkel und als er wieder hell wird und ein Schnitt kommt ist der Raum auch leer genau das ist auch richtig cooler Übergang und man sieht dann auch wie mit Licht auf dem Gesicht von Luke gespielt wird weil nämlich sein Gesicht dunkler ist als vorher und er macht dann eben auch André Vorwürfe hinterfragt die Freundschaft und man sieht dann auch im Hintergrund die Reaktionen von Jordan und Marie die auch sehr geschockt scheinen Luke aktiviert seine Kräfte was jedes Mal sehr cool aussieht finde ich und die anderen wollen ihre Kräfte auch aktivieren aber es klappt nicht was halt auch einfach jetzt so ist ist halt einfach die Regel in dem Traum muss man halt einfach akzeptieren auch wieder fand ich auch wieder doof echt ja ist auch wieder so ja und hier als Regel noch die Kräfte funktionieren übrigens nicht ja mich hat das nicht gestört also weiß nicht und Dasti rennt weg und wird einfach zerbombt also fand ich auch doof also da habe ich mir auch wirklich gedacht was zur Hölle weil keiner reagiert da drauf ja alle sind euer das war es jetzt halt mit ihm und es wird auch in der ganzen Folge es wird nie wieder angesprochen ja juckt überhaupt nicht kein Wort sie sind schon davor gemeint zu Dasti also er sagt hey Leute ein bisschen langsamer und sie ignorieren ihn einfach und hier auch wieder ich weiß nicht warum man ihn ja auch mitnimmt überhaupt und dann töten muss wahrscheinlich nur um zu zeigen ja also da kann man wirklich drin sterben ja also das ist so das ist dabei hat man mir das schon mit Souljoboy gezeigt also ich finde ich finde das ein bisschen doof also ich finde ihn einfach nur so als hey wir wollen noch einen Splatter-Effekt in der Folge haben deswegen nehmen wir ihn da mit und lassen ihn da sterben vielleicht kommt ja noch was dazu ich meine wie gesagt es gab schon oft Kritikpunkte die sich dann noch gelöst haben ich kann mir aber auch vorstellen dass das ein bisschen ins Nichts verläuft und das fände ich schon irgendwie sehr schwach weil wozu dann das Ganze weiß ich ja nicht das hat halt auch einfach nur Souljoboy behauptet dass sie dann sterben würden wenn sie da drin sind aber ja und jetzt sieht man es halt aber aber ob es wirklich so ist weiß man ja gut aber dass die in der Realität noch lebt aber der ist ja auch nicht aufgewacht aber wir haben ihn auch nicht schlafend gesehen man sieht ihn am Ende ja nicht mehr ja er sagt ja auch warum bin ich überhaupt hier irgendwie weil alle anderen sind ja um Kate herum oder ne doch dass sie ist auch da er ist auch da ja keine Ahnung also da würde ich mich wirklich freuen wenn das noch aufgegriffen wird weil sonst wäre das schon sehr sehr schwach und sie haben dann aber eben Angst vor Luke weil sie ihre Kräfte nicht benutzen können und rennen weg genau und hier würde ich jetzt an Felix übergeben das war jetzt so die erste Hälfte die ich ein bisschen ausführlicher vorbereitet habe oh no viel Pressure zu der Luke Szene noch meint ihr der wusste davon er nicht oder weil es ja nur die Version von Luke in Kate's Kopf und dadurch weiß der überhaupt dass die ganze Sache passiert ist aber der echte Luke hat das ja nicht gewusst oder ich glaube auch nicht beziehungsweise wenn er es herausfindet dann lässt ihn Kate es einfach vergessen das haben wir in der Folge gelernt dass sie das sehr oft macht und gemacht hat also ich glaube nicht dass er es wusste ich glaube aber auch nicht kann ich mir fast nicht vorstellen aber ja ja aber dann sonst wäre ja auch also zumindest Andre wusste auch nicht dass Luke es weiß ja weil Andre ist ja total geschockt da in dieser Szene deswegen ja genau dann haben wir auch wieder einen Übergang sie laufen aus diesem Schulgang raus und kommen dann vor dem Büro vom Professor Brink an die Location kennen wir ja auch schon an der Wand sieht man auch ganz viele Plakate oder halt so Rahmen wo auch überall Brink drauf steht wo er auch selbst drauf ist ja wo ich mir dann gedacht habe so in deinem eigenen Büro irgendwie auch nur Bilder von mir auf leicht selbst verliebt und genau sie fragen sich ein bisschen so was eigentlich abgeht und machen sich auch hier schon ein bisschen Vorwürfe also vor allem Andre und dann kommt aber Jordan in weiblicher Form das heißt wir sind jetzt eben in Jordans Erinnerung und genau ja also wir wissen jetzt das davor war Andres Erinnerung wahrscheinlich und nicht Cates nehme ich an das davor ja das war doch Cates Erinnerung das war doch das erste Treffen von Kate und Soldier äh Golden Boy und was ist dann Andres Erinnerung Andres wir haben keine Erinnerung von Andres das ist halt einfach das Aufarbeiten seiner seiner Problematik Problemen okay genau auf jeden Fall jetzt sind wir bei Jordan die lauscht erstmal an der Tür und dann gehen sie rein in Brinks Büro dort sind eben Luke und Professor Brink Luke ist wütend und fragt auch nach Sam Professor Brink hat irgend so eine Spritze in der Hand und genau Luke fängt wieder an zu glühen wie wir es ja schon kennen und Jordan schnappt sich eine so eine Maske aus seinem Schrank und lässt ihn einschlafen wie bei Soldier Boy oder auch bei Sam habe ich mich gefragt woher weiß die dass da das in dem Schrank ist Notfallplan Glück ja habe ich auch angenommen aber zu dem Zeitpunkt ist ja auch noch nicht so die na doch sie arbeitet ja da schon mit Brink zusammen und sie ist ja auch die Angetraute von Brink er ist ja so ein bisschen ihr Mentor aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so krass doch doch er sagt da ja auch schon erinnerst du dich als du als Erstsemestler hier auf meinem Stuhl saßt und so vorsichtig warst und jetzt schau wie weit du gekommen bist also sie hat halt nur noch nicht für ihn gearbeitet so habe ich es jetzt verstanden also das hat mich jetzt nicht gestört dass sie da die Maske Brink ruft dann das Sicherheitsteam das fünf Sekunden später da ist aber ich meine das ist alles in einem Traum deswegen passt das schon im Hintergrund sehen wir hier wieder die drei großen Stars von Godolken The Deep Queen Maeve A-Train und dann klärt Brink so ein bisschen auf was denn da jetzt eigentlich abging zwischen ihm und Golden Boy und erzählt Jordan etwas über so Stärkespritzen die Luke anscheinend nicht vertragen hat und Jordan will auch welche Andre kommentiert das natürlich und sagt immer dass Jordan immer nur auf sich selber achtet und dann beruhigt Brink aber Jordan irgendwie und nennt sie zu seinem TA also zu der Position die wir dann schon kennen und ja die anderen sind darüber sehr wütend ich konnte nicht ganz nachvollziehen wieso okay was konntest du nicht nachvollziehen also weil sie so vorwerfen hey du wusstest ja jetzt schon alles über die Wurzel und sowas und was was weiß denn sie werfen ihm vor du wusstest dass Luke schon mal Brink angegriffen hat und hast nichts dazu gesagt und wann hätte das Jordan sagen soll also wann war das relevant also das war relevant nachdem Brink gestorben ist zum Beispiel hätte sie sagen können dass das schon mal passiert ist vorher schon ich meine das wäre ein Grund irgendwie wenn man das öffentlich macht irgendwie was gegen Golden Boy zu machen den rauszukicken irgendwo oder so also das ist ja ein riesen ein riesen Ding dass die Nummer eins dass die sich gegen Brink wendet und sogar damit noch einher kommt dass irgendwelche geheimen machenschaften an der uni ablaufen weil ein kleines bisschen kriegt Jordan da ja schon mit das stimmt aber ich finde halt Jordan ist dann Teil von Lukes Freundesgruppe das heißt sie sind in irgendeiner Weise befreundet sie ist halt Brinks TA und irgendwie möchte sie halt das vielleicht auch glauben also ich kann das sehr gut nachvollziehen dass da Jordan nicht sagt und niemand hat sie gefragt ja warum hat Golden Boy jetzt eigentlich Brink umgebracht also ich finde ich kann Jordan da schon irgendwie nachvollziehen also natürlich verhält sie sich nicht super korrekt und perfekt aber stell dir mal vor wir drei sind Freunde und ich finde jetzt raus dass du schon zweimal Daniel einfach hinterrücks betäubt hast würde ich auch nicht so geil finden glaube ich also würde ich mich auch drüber aufregen okay ja das stimmt das ist ein guter guter counterfunk ja okay ich fand es trotzdem ein bisschen übertrieben ja genau und dann kommt man zu einem Dialog zwischen Jordan und Jordan also sie macht sich wortwörtlich Selbstvorwürfe was cool war mit den beiden Schauspielern dass das geht so die er und die sie Version unterhalten sich dann das fand ich auch cool genau und die weibliche Jordan wirft dann dem anderen Jordan der gerade mit Marie und André unterwegs ist vor dass er feige sei oder dass Jordan feige sei genau ich habe mich auch an der Szene dann gefragt wie interagieren die jetzt mit diesen Charakteren die in den Träumen vorkommen weil irgendwie du hast ja gesagt bei der bei der Golden Boy Szene da werden die erstmal nicht wahrgenommen jetzt sprechen die hier auf einmal miteinander ist das einfach so ein bisschen ist das so wichtig eine Imagination deren Sorgen und Probleme und deren Vorwürfe im Endeffekt war das für mich in allen Szenen in denen Traum- oder Erinnerungsfiguren mit echten Figuren interagiert haben war das so eine Art von die Figur wie wir sie kennen hat ein Zwiegespräch mit ihrem eigenen Gewissen Einmal eben in Form von Jordan eben selbst bei André in Form von Luke und später bei Marie in Form von ihrer kleinen Schwester aber es wird immer genau das vorgeworfen und ausformuliert was die Figuren ja sowieso selbst zu beschäftigen scheint und da wir ja wissen dass wie auch immer Kate ja Zugriff auf die Gehirne von allen hat so ein bisschen und Erinnerungen von allen mit einbezogen werden und somit auch das Gewissen von jedem mit einbezogen werden kann habe ich mir das jetzt so erklärt ja ich ich war nämlich auch ein bisschen im Nachhinein dann verwirrt weil ja Kate dann nicht wirklich vorkommt und bis dahin sind es ja tatsächlich alles Erinnerungen von ihr aber das sagen sie das wird ja auch ausformuliert da wird ja sogar gesagt dass Jordan so wieso sind wir hier das ist eine Erinnerung von mir Kate kann das gar nicht wissen und so und dann wird halt in einem Nebensatz gesagt gut Kate hat Zugriff auf die Erinnerungen der anderen ja für mich wirklich ist einfach man versucht das halt jetzt hier noch rein zu packen und sich so zusammen zu erklären also ich habe jetzt so gesehen die wollen halt unsere Charaktere weitererzählen die wollen unseren Charakteren allen nochmal einen Bedenkmoment nochmal eine gewisse Tiefe geben und so und dieses Konzept wie sie das machen das ist dann halt ein kleines bisschen zusammengewürfelt aber dadurch dass diese Charaktermomente für mich so gut funktionieren hat mich das gar nicht so sehr gestört eigentlich also ja auf mich war es ein bisschen für mich war es ein bisschen konzentriert aber können wir im Fazit nochmal drüber hinweg sehen genau dann haben wir nämlich einen Schnitt zu unserem Lieblingspaar Simon Emma die sind im Kino man sieht an der Wand ein Polarity Area 51 Plakat da hast du hat David uns ja schon in den vergangenen Folgen drüber erzählt da war auch ein Schild please help keep the drive in clean fand ich auch irgendwie witzig dass sie ja keine Ahnung davor liegen und genau dann haben wir so eine langsame Kamerafahrt nach unten und ein Gespräch zwischen Emma und Sam nach dem Sex und Sam entscheidet sich wahrscheinlich ist die richtige Entscheidung entscheidet sich dagegen davon zu erzählen dass er sie als Puppe gesehen hat weil ich weiß nicht wie Emma darauf reagieren würde und Emma sagt sie hat 14 mal Gott gesehen ich habe mich dann gefragt wie sieht der Gott in dem Boys Universum aus ich glaube das wäre auch eine ziemlich abgefuckte Version genau Sam sagt dass er ziemlich kaputt ist und dass Emma lieber mit wem anders zusammen sein sollte er nicht der richtige ist diese Selbstzweifel kennen wir auch schon aus den vergangenen Folgen und Emma will aber mit ihm zusammen sein macht noch einen Witz über ihren Atem so was wie es ihre Art ist und Sam schlägt dann vorweg zu rennen aber Emma hat genug davon und sagt dass ihre Freunde ihr sicher helfen werden bei der ganzen Situation was ja irgendwie sehr finde ich zu ihrer Entwicklung passt dass sie so als Heldin zur Heldin gemacht wird zur richtigen Heldin genau und sie ist ja auch von Anfang an schon so eine gute Freundin die irgendwie keinen im Stich lässt und vor allem auch nicht Sam dann haben wir noch so ein Abschluss Shot der irgendwie so ein klassisches Teenie Liebes Kamerashot das so von oben und alles dreht sich und dann cooler Übergang und dann es dreht sich mit so einem Schwenk weiter zurück zu der bewusstlosen Truppe die dann noch immer in Dastys Haus liegen und dann sind wir in den Woods noch mal kurz zu der Szene im Autokino ich finde ich kann wirklich nicht genug kriegen von der Chemie zwischen den beiden und ich finde auch diese Komplexe die sie ja beide haben oder sehr offensichtlich beide haben das ergänzt sich auch so schön wenn die wirklich sagen sie reden über ihre Probleme und so und ich habe das ein bisschen anders gesehen ich glaube wir kommen bestimmt noch an den Punkt wo Sam ihr erzählt dass er diese Puppen sieht und wo sie dann sagt mein Gott wir haben alle unsere Dämonen und müssen damit klarkommen und so und das zögert das jetzt hier noch dass er die Puppengeschichte auch erzählt ich kann mir auch vorstellen dass das noch kommt nur hier traut er sich noch nicht und sagt ja auch dass er ein bisschen weird ist und ich da wird sich recht Zeit genommen für die beiden gut genau dann zurück zu den woods da steht in den trivia dass die es so aus bäumen und waldtieren gestaltet haben und dass das dann aber mit der zeit abgeblättert ist und man wollte das wirklich gruselig gestalten der das gemalt hat in den woods also sollte auf jeden Fall kein schöner Ort sein und ist es natürlich auch nicht ja Jordan wiederholt dann was ziemlich offensichtlich ist dass die Probleme jedes einzelnen Charakters jetzt irgendwie nacheinander aufgearbeitet werden und eben wie wir schon gerade gesagt haben deren Gedanken und mit denen von Kate verschwimmen und Andre und Marie sind immer noch ein bisschen wütend und Jordan ja rennt da ein bisschen aufgebracht weg weil man merkt Jordan ist selbst mit sich ein bisschen unzufrieden und realisiert dass das nicht ganz so gut war damals und er entdeckt dann in einer Kammer Luke und Sam auf so zwei Liden und ebenfalls Indira Brink und Dr. Cardosa Kate ist da noch in der Ecke die sieht man noch nicht aber die ist auch dabei und dann sieht man eben wie Luke aufwacht fragt was los ist und Kate lässt ihn dann vergessen genau habt ihr noch irgendwas besonderes zu der Szene die beiden Brüder sehen sich null ähnlich habe ich gedacht das stimmt ist natürlich total egal aber in der Szene als sie wirklich so man sieht die ja selten zusammen aber wenn die so nebeneinander liegen haben wir gedacht ja weiß ich jetzt nicht vielleicht haben die ja verschiedene Väter keine Ahnung ich finde aber auch wieder ganz gut gelöst wie oft eigentlich noch Brink und Luke vorkommen weil wir nach der ersten Folgen ein bisschen enttäuscht und gesagt haben hä wir dachten die sind voll groß und dann sind die gleich weg aber die kommen jetzt doch immer immer wieder vor was ich mir dachte ich meine das Ganze soll ja so eine Art Doping von Luke sein oder dass der ja die das Blut von Sam bekommt und dadurch stärker wird und dann den die ganze Zeit darunter zu karren ich meine das ist ja schon irgendwo so ein Sicherheitsrisiko auch was ja offensichtlich dann ja auch passiert ist dass er aufwacht und das merkt ja voll und ich dachte auch dass diese Geschichte von Brink mit diesem Verstärkungsspritzen dass das halt irgendwas ist um um Jordan zu beruhigen aber das ist ja wirklich irgendwie so ein gleichzeitig hat man aber auch noch Sam dazu benutzt für dieses Virus also irgendwas hat man auch ein bisschen zwei Sachen zusammen gemixt also Sam war wirklich das ja Opfer allgemein hat man ja das Gefühl es ging in den Woods nicht nur um dieses Virus sondern die haben halt viel an Leuten rumgeforscht und ein Teilbereich war das Virus vielleicht der wichtigste und ein Teilbereich war es eben aber auch Golden Boy stark zu machen was ja auch nochmal absurd ist wenn man das Gefühl hat die bereiten hier gerade jemanden dazu vor der neue Homelander zu werden es hieß ja auch schon er kann einfach in die Seven reinkommen und so dieses Kalkül dahinter wird irgendwie noch klarer jetzt finde ich wahrscheinlich ist generell der Woods für Subs-Kräfte erforschen und stärker und schwächer machen und vielleicht war das ja auch eine Zeit lang Brinks oder Enderos Plan irgendwie mit Golden Boy den neuen Homelander zu machen oder sowas finde ich auch ein guter Gedanke man sieht danach noch diese Szene in Enderos Office da waren wir auch schon ein paar Mal und wie Kate irgendwie sich Sorgen macht dass es nicht klappt mit Luke beziehungsweise dass er sich ja immer wieder dran erinnert haben wir wieder dieses Risige das Sicherheitsrisiko das wir jetzt schon angesprochen haben aber Brink sagt so nö nö alles läuft super keine Sorge auch Endero packt wieder ihre Psychologie-Skills aus und beruhigt Kate sagt aber dann dass eben die Truppe die im Hintergrund steht dass die das auch vergessen sollen da hat man auch wieder diese Interaktion zwischen und es splittert dieses Glas so geil im Hintergrund das war auch wieder richtig schön hinter Endero sieht man auch eben so Gemälde am Glas was man mich jetzt ein bisschen an so Kirchen erinnert hat wo ja auch manchmal Bilder in dem Glas sind ich hab versucht das zu erkennen die meisten waren recht schwierig zu sehen das eine ganz links sieht so ein bisschen aus für mich wie ein Haus und dann so das das zweite von rechts das war so eine Art Waage die hab ich auch gesehen die Waage und wenn wenn man dann noch ein bisschen weiter das laufen lässt dann steht da oben so eine Figur mit so einem roten Mantel echt? mich hat das so ein bisschen wie so Homelander oder so Gott-mäßig ausgesehen vielleicht interpretiere ich das aber auch rein weil es war wirklich sehr klein nur zu sehen aber fand ich sehr cool irgendwie ich würde das gerne in groß sehen mal das ist ja glaube ich auch dieser Büroraum wo an der Decke dieses Homelander Deckengemälde ist was wir ja auch in den Folgen davor schon mal gesehen haben und da sind dann auch in dem Shot sieht man es jetzt nicht aber da sind ja auch so Wüsten noch an der Wand also allgemein dieses Künstlerische in dem Raum finde ich irgendwie sehr cool genau das finde ich sehr spannend dann laufen sie weg als das ganze Glas bricht über den Campus das Außengeländer das wir ja schon sehr gut kennen und stehen dann vor einer Tür die Tür die zu Maries Kindheit führt die wir auch schon kennen die da so ein bisschen frei in der Luft schwebt und auch so dieses wie am Anfang mit den Blättern dieses Zerbröseln hatte ja unsere Helden gehen dann da hinein in das blutgetränkte Badezimmer man sieht Mädchen in der Ecke sitzen und am Anfang fragen sie noch wer ist das bist du Marie und es ist ihre Schwester Annabeth ich habe nachgeschaut und sie trägt tatsächlich auch in der Szene dieselbe Kleidung wie in der ersten Folge macht der Sinn ja macht Sinn genau aber finde ich auch nur gut dass darauf geachtet wurde und dann kommt auch hier wieder so ein Streitgespräch zwischen Marie und ihrem Gewissen in Form von Annabeth die ihr vorwirft dass es kein Kontrollverlust war sondern die Wut dass die Eltern hereingekommen sind und dass Marie das bewusst irgendwie getan hat oder irgendwie auch wollte und dass sie eben für immer eine Mörderin sein wird und dass Annabeth ihr nie verzeihen wird und dass Marie sich auch selbst nie verzeihen sollte wir wissen ja schon irgendwie dieser Vorwurf sie sei ein Monster dass sie das sehr mitnimmt aus den ersten Folgen finde ich eigentlich auch ganz gut dass das hier wieder aufgegriffen wird ich fand es nur ein bisschen die Art und Umsetzung ein bisschen platt aber wie wie fandet ihr das also also mir hat mir hat das gut gefallen weil ich schön finde dass wir jedes Mal wo wir diese Rückblickszene sehen dass wir mehr erfahren also mit jedem Mal wird die ein bisschen ausgeweitet hier haben wir jetzt eben mehr von Annabeth beim ersten Mal haben wir Annabeth gar nicht gesehen beim zweiten Mal sehen wir sie von hinten dann sehen wir einmal kurz wie sie reingeht und jetzt beim glaube ich vierten Mal dass wir diese Szene sehen sehen wir sie jetzt wirklich interagieren mit Marie dass sie da sitzt man spürt irgendwie noch viel mehr die Ausmaße von diesem Mord finde ich oder von diesem Todesfall wenn man da reinkommt und ich finde auch dieses Gespräch eigentlich ganz gut also es ist so schön gefilmt man sieht so aus der Froschperspektive von Annabeth hoch zu zu Marie so ein bisschen als wäre sie wirklich so ein großes Monster was über allem steht Marie spielt es finde ich sehr gut und klar der Inhalt von dem Gespräch ist vorhersehbar aber für mich war das so gut umgesetzt dass mich das eigentlich nicht gestört hat also ich weiß nicht wie es dir ging Daniel ich fand die Szene nicht so toll irgendwie man hatte dann schon drei wo man sich dachte okay jetzt irgendwann sind endlich alle durch dann ist es vielleicht auch endlich vorbei das war vielleicht auch das was ich mir dabei gedacht habe aber diese diese Anschuldigung dass Marie so sauer wäre weil dann die Eltern einfach reingekommen sind so keine Ahnung ich habe mir auch das gedacht dass das eigentlich halt übertrieben und Nonsens ist man kann natürlich sagen hey das sind Maries eigene Vorwürfe das bildet sie sich ein und redet sie sich so ein deswegen ich finde man kann das schon erklären mich hat es aber auch ein bisschen genervt also ich finde einfach das war halt dann habe ich mir auch gedacht gut jetzt haben wir alle jetzt können wir dann weitermachen ach echt schon ein bisschen ja also vor allem dass es halt irgendwie die kleine Schwester ist und Maria in der Szene so das erste Mal ihre Tage bekommt und dann damit so klar kommt und überhaupt überfordert ist dadurch ja aber das weiß die kleine Schwester ja nicht genau aber dann von der kleinen Schwester aus also dass Marie dann denkt dass die kleine Schwester denkt dass es Absicht war ja gut aber die kleine Schwester formuliert ja auch in den Rückblicken und sagt du bist ein Monster und sagt das und ich meine wenn man sich das überlegt ja zehnjähriges Kind die kleine Schwester ist wahrscheinlich höchstens zehn und die kriegt mit wie aus dem Nichts ihre große Schwester Kräfte bekommt und erst mal beide Eltern umbringt dann dann fällt es da vielleicht gut vielleicht psychologisiere ich diese Serie zu sehr aber dann fällt es natürlich der kleinen Schwester auch schwer da zu trennen zwischen ach das war nur ein kleiner Fauxpas oder Absicht ja ja aber warum sollte Marie das wollen ja aber darum das ist ja du gehst ja sehr sehr objektiv da dran versuchst es so sehr unemotional zu betrachten aber wenn du dir überlegst die einzigen beiden Bezugspersonen in deinem Leben sind einfach aus dem Nichts tot und du weißt deine Schwester war das dann kann vielleicht das zehnjährige Kind diesen Schritt nicht machen dass es sagt okay vielleicht war es ja keine Absicht zwar aus Versehen sondern ist einfach deine ganze Welt bricht gerade zusammen und sie ist schuld ja wie gesagt ich kann ich finde man kann das natürlich erklären ich fand trotzdem dass ich das ein bisschen platt fand dass man es hier nochmal so aufgreifen muss aber okay ja da hätte ich vielleicht ich weiß nicht man hätte dann noch irgendwie eine Szene aus dem Waisenhaus bei ihr rausholen können oder so da hätte ja auch noch irgendwas passieren können und da ist bestimmt irgendwas passiert in der Zeit aber irgendein Anruf oder Brief oder sowas vielleicht oder der versucht dass sie irgendwie ihre Schwester sucht oder so und dann halt nicht erfolgreich ist damit allgemein war halt ihr Part den sie jetzt abgekriegt hat hier war ein bisschen kurz ja also ich finde da ich hätte durchaus jetzt anschließend an diese Szene noch so eine Waisenhaus Sequenz gerne gesehen ja oder auch stattdessen ein bisschen länger ich glaube das größte Problem ist es hat für mich so gewirkt als würde man es abarbeiten wollen ja genau man hat halt noch für Marie eine Szene gebraucht dann hat man das halt gemacht aber naja dann Marie wendet sich so ein bisschen dann von Annabeth ab und realisiert so hey das sind eigentlich alles nur ja meine eigenen Vorwürfe und spricht dann Kate direkt an dass es nicht ihre Schuld sei dass sie ihre Kräfte nicht verstanden hat ebenso wie jetzt Marie damals und ist ja ein bisschen ein kleiner Throwback das hört man auch gleich nochmal im Voice Over wo Kate zu Marie ungefähr dasselbe gesagt hat und gesagt hat hey deine Eltern sind dran schuld mach dir keine Vorwürfe genau das hört man eben Kate im Voice Over wieder sagen und dann sind wir wieder in ihrem Zimmer und zwar war das ist es dasselbe Zimmer wie in ihrer Jugend wo man sie dann sieht ähm man sieht wie der Queen Maeve Poster die wir schon kennen und ganz spannend auf dem Tisch sieht man ein ähm Comic oder Comicbuch von steht drauf Cold Snap hast du es erkennen können ich hab es nicht lesen können und das hat man nämlich auch schon tatsächlich sieht man dieses blaue Heft auch schon in der ersten Szene in ihrem in ihrem Jugendzimmer und Cold Snap ist so ein bisschen der Iceman von von den X-Men praktisch im Boys Universum äh passt ganz gut denn eben Cold Snap war auch Mitglied dieser G-Man auf den ja so ein bisschen auch dieser äh diese Serie basiert und ist eben eine Parodie zu zu Iceman er kann äh ja mit seinen Händen Eis machen und in ich hab dann gelesen äh er macht damit auch so Eisdildos dann und sowas bei Herogasm fand ich auch wild das sieht man doch sogar genau man sieht ihn nämlich tatsächlich ach ist er da bei Herogasm bei Herogasm sieht man ihn er ist auch so ein alter Rivale ein bisschen von von Frenchy die haben sich auch schon mal getroffen und gekämpft und ich finde es auch ganz passend dass sie ein Comic davon liest weil bei den X-Men hat der glaube ich auch Iceman so eine Beziehung mit der eine Frau die keine Leute anfassen kann genau und die auch immer Handschuhe trägt genau und fand ich passend dass Kate die immer Handschuhe trägt ein Comic über so eine Figur liest und natürlich Eis und Feuer so genau parallel zu Luke oder sowas vielleicht fand ich es irgendwie sehr passend dass man sowas da hingelegt hat stimmt ja cool rausgefunden ja äh ich hab aber echt mega erstmal so heißt es Kosmos Kolossus und dann äh aber ich hab's dann schon gefunden war ein bisschen tricky dann dreht sich alles so ein bisschen wir haben ein paar coole verwirrende Kamerashots alles steht auf dem Kopf und ja Kate sagt dass sie sie jetzt gehen lässt wahrscheinlich weil man jetzt zu Ende der Folge kommen will also so richtigen Grund na ich find du bist ein bisschen streng heute ja ich bin heute schon ein bisschen streng ich hab schon ich hab schon da wieder das Gefühl am Anfang der Folge ist Kate total überfordert sie merkt alle hassen sie und äh sie ist die Böse und so weiter und in dieser Folge merken wir jetzt jeder hat irgendwie Dreck am Stecken jeder hat ein bisschen was falsch gemacht keiner ist unschuldig aber jeder hat die Bereitschaft zum Guten sich zu wenden ja und das merkt Kate natürlich auch und nachdem sie das auch wenn es ein bisschen puzzelmäßig nacheinander angereiht ist auch wenn sie es jetzt bei allen gemerkt hat sagt sie jetzt okay ihr könnt gehen mhm mhm aber gut vielleicht bin ich auch sehr wohlwollend heute ich weiß es nee das es macht ja schon Sinn vor allem weil am Ende spricht die Marie hat sie auch nochmal angesprochen hat gesagt hey Kate was ist los und jetzt haben sie sich so ein bisschen getroffen davor war immer so sie haben Kate beobachtet oder haben sich nur mit sich selbst beschäftigt und hier treffen die jetzt wieder zum ersten Mal aufeinander Kate will aber selber nicht aufwachen und Andre holt sie dann äh praktisch zurück überzeugt sie doch mitzukommen äh er sagt ihr auch es reicht nicht dass sie sich entschuldigt und erzählt ihr wie schlimm es ist erzählt ihr aber auch dass er sie irgendwie liebt und ich finde da kommt ziemlich gut einfach diese Hin- und Hergerissenheit von ihm raus und ist mal wieder einer der stärkeren Momente eigentlich zwischen den beiden und sagt davor hat sie die falsche Entscheidung getroffen aber jetzt kann sie eben die richtige treffen und mit aufwachen und genau das tut sie dann auch ich finde fand es süß mit Andre wie er was er da gesagt hat so nach dem Motto ich verzeihe dir nicht aber du hast was Böses gemacht und jetzt finde ich gewähle ich es damit zurecht und ziehe dich nicht so zurück genau also schülpt sie rein dass sie ihm wieder hilft ja gut aber bringt sie auch dazu sich nicht umzubringen das stimmt ja vielleicht auch so ein bisschen übernimm Verantwortung für das was du getan hast genau dann sehen wir eben ihre blutenden Augen und wie alle aufwachen ich muss sagen ich konnte da nicht so viel drauf achten weil ich hasse es wenn irgendwie so Augen so eklig aussehen also und mich sehr deswegen ist ja auch Clockwork Out dein Lieblingsfilm ja genau aber alle sind gerettet bis auf Dusty was noch immer keinen interessiert und sie wachen auf es gibt so einen intensiven Blick zwischen Jordan und Marie aber sie tun nichts also irgendwie haben sie sich kurz so angestarrt jetzt wäre mal wieder ein guter Moment gewesen für so ein Ranking Update finde ich stattdessen kommen aber nur Sam und Emma rein ganz zufällig genau in dem Moment genau in dem Moment Gott sei Dank George stellt fest dass Emma Sex her hat was ich irgendwie lustig finde ich fand das war ein guter Joke ja und genau Sam sieht dann Kate und will sie umbringen und stößt auch alle weg hier wird ja gezeigt er ist super stark und nur Emma kann ihn mit ihrer Ruhe zurückhalten natürlich auch so ein bisschen ein klassischer Trope aber ich finde das hat man ganz gut etabliert das passt ja zu den beiden ja und dann ja fragen sie sich noch ein bisschen was geht denn jetzt eigentlich in den Woods ab mit Kate und Sam hat man jetzt zwei Personen die ja doch sich ein bisschen auskennen sie wissen aber selbst noch nicht genau an was da geforscht wird und Sam sagt dann sie hasst uns wahrscheinlich meint er dass Indira dann alle Supes hasst da kommen wir dann gleich nochmal dazu das wäre ja wieder so ein bisschen diese Sache mit mit ihrer Tochter ja vielleicht du meinst das Sam damit was zu tun nein 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 einfach dass sie alle Supes hasst weil irgendein Sup ihre Tochter umgebracht hat ja das kann sein die Gang beschließt dann Indira zu schnappen weil sie die einzige ist die weiß was da abgeht ich habe mich dann gefragt was ist denn mit Cardosa ist der nicht ein einfacheres Ziel ja aber Indira ist ja Big Bad genau Indira ist der Big Bad und sie haben sich jetzt als Team zusammengeschlossen dieses ganz klassische kurz vorm Finale zum ersten Mal alle Figuren gleiches Ziel jetzt jetzt funktionieren wir zusammen sehr typisches Trope ja genau damit endet dann auch deren Handlungsstangen wir haben nur noch eine ganz kurze Abschlussszene genau vielleicht bevor wir dahin gehen ich finde diese Szene in der Emma Sam dann kontrolliert das ist eine ganz schöne Spiegelung zu der letzten Szene wo Sam so ausgerastet ist bei Dr. Cardosa zu Hause weil da ist es ja so dass Emma es nicht schafft mit Worten ihn zu kontrollieren sondern dass er dann austickt und dass sie dann sozusagen ihre Kräfte benutzen muss und jetzt haben sie sich aber so angenähert und verstehen sich so gut dass sie das nutzen kann das ist eine schöne Parallele die ist mir gar nicht so bewusst gewesen ja finde ich auch sehr gut und ich glaube auch weil ich habe beim zweiten Mal dann gedacht wieso ist da dieser Joke drin dass Jordan sagt ja du hast Sexhaare Sexfrisur und wahrscheinlich wollen sie vermeiden dass man wieder dieses ach ihr zwei zusammen so dass man da jetzt wieder ein extra Arc draus machen muss und sie wollen halt einfach sagen okay hier alle checken die zwei sind jetzt irgendeine Art von Pärchen oder so und da müssen wir jetzt kein großes Tamtam mehr drum machen auch geschickt mit einem Witz gelöst fand ich ja ja dann kommen wir noch zum kurzen letzten Woods Finale man sieht Betsy ist entstellt mit so einem roten Ausschlag oder so keine Blutspritzern überall und liegt tot am Boden und Dr. Cardoso tut es ganz leid und ist ganz schockiert und er wollte das gar nicht und ja ist auch selbst überrascht dass sie es geschafft haben irgendwie also aus Versehen zu töten und Indira man merkt aber schon in ihrem Blick freut sich eher darüber und sagt mach es contagious also mach es ansteckbar dass es eben weiterverbreitet wird am Anfang der Folge wird ja noch gesagt es kann nicht übertragen werden ich habe mich dann gefragt nur auf Supes übertragen werden also wahrscheinlich also es wird ja auch gesagt dass das Virus so funktioniert dass es sich an das Compound wie im Blut heftet genau deswegen wird es wahrscheinlich nur für Supes funktionieren und hier kommt ja wird jetzt schon auch mit Sams Aussage ziemlich klar sie hasst alle Supes vielleicht will sie sogar alle umbringen ich finde es so ein bisschen wieder so inszeniert als wäre es eine Überraschung dass sie so böse ist weil ich finde wenn sie reinkommt wirkt sie doch erst noch mal so ein bisschen betroffen und ist dann so ein bisschen so oh ja was hier denn los und dann kommt plötzlich so dieses Bad Guy lächeln und sie so haha ja es funktioniert ja was ich dachte ist dass sie insgeheim doch auch irgendwie selber Sup ist und das halt versteckt für warum auch immer aber jetzt ist ja relativ klar also das wird sie ja nicht ansteckend machen wollen wenn das potenziell sie betreffen könnte das stimmt und sie arbeiten ja aber auch nicht an einer Methode das zu heilen heißt wenn dann ist das schon auch jetzt direkt als Waffe zu sehen gegen die und nicht als nur klein halten ich denke schon auch ja und ich denke dass vielleicht wenn wir so ein bisschen in die Richtung kommen was könnte noch passieren vielleicht ist das ja auch das Ding dass am Ende der Staffel diese Seuche ausbricht ich fände das sehr spannend also das wird halt die Staffel 4 von The Boys wirklich auf den Kopf stellen wenn du nicht in erster Linie diesen ganzen Homelander Bürgerkriegsgeschichte erzählst sondern wenn du sagst ja die Supes haben jetzt ein riesen Problem weil die sterben jetzt langsam alle das fände ich auch sehr spannend ich kann mir vorstellen dass das hier erst mal eingedämmt wird dann ja vielleicht enden sie halt auf dem Cliffhanger dass man so sagt eigentlich denkt man alles wurde gerettet und dann sieht man so einen Sup der so hustet und dann ist aus ja so was maybe ja eine zweite Staffel ist ja angekündigt auch ja genau und das heißt ja auch diese Staffel soll sich am Ende die Hand geben zu Boys Staffel 4 und Boys Staffel 4 soll sich dann am Ende die Hand geben mit Gen V Staffel 2 finde ich aber cool weil dann hat man so dazwischen auch mehr das stimmt dann muss man nicht so lange warten mehr Content ja wollen wir zu einem Fazit kommen gerne gerne Daniel möchtest du anfangen nein nein ich will erst hören was du dazu zu sagen hast okay weil ich glaube unsere Meinung ist dann doch ein bisschen negativer ja ich ich hab's jetzt auch gemerkt ich hab's schon am Anfang gemerkt als du gesagt hast ja jetzt kam eine Füller-Folge auf uns zu wo ich dann ich hab das ein bisschen umgangen weil ich das nämlich gar nicht so sehe also mir hat die echt gut gefallen die Folge ich fand hier hat die Serie jetzt zum ersten Mal so was richtig eigenes gemacht weil ich hatte immer das Gefühl die besten Szenen sind die die an The Boys angelehnt sind und die schlechten Szenen sind die wenn sie selbst versucht so Teenie-Drama aufrecht zu erhalten und jetzt ist es zum ersten Mal so dass durch dieses ganze Inception-Mind-Ding einfach ein Thema aufgemacht wird was abgesehen von dieser einen Folge bei The Boys in so einer Art noch nie vorgekommen ist natürlich haben wir das schon mal woanders gesehen aber in diesem Universum ist es neu und wie dann dadurch auch nochmal die Charaktergeschichten von den Figuren vertieft werden was mich auch oft gestört hat dass die wenig Substanz haben das hat mir total gut gefallen und natürlich ist es so ein bisschen so dass sie sich wahrscheinlich überlegt haben wir wollen nochmal eine Charakterfolge machen und irgendwie müssen wir da einen Plot außenrum bauen also es ist ein bisschen konstruiert und es ist auch ein bisschen ähm hat gewisse Logiklücken und so weiter aber an der Stelle kann ich jetzt eigentlich echt ganz gut da drüber ähm hinwegsehen weil ich irgendwie denke ihr traut euch einfach mal selbst was Neues zu machen das hat für mich echt gut funktioniert natürlich gibt es immer noch so ein paar Arcs die interessanter sind wie eben jetzt Emma und Sam oder eben welche die ich weniger spannend oder weniger nahbar finde oder so genauso funktionieren manche Figuren besser für mich als andere aber alles in allem hatte ich jetzt mit der Folge überraschend viel Spaß und es war eben für mich nicht diese also handlungstechnisch vielleicht aber beim Gucken nicht diese Füllerfolge sondern ich hab das oder wenn wir es als Füllerfolge bezeichnen müssen so für mich Füllerfolgen aussehen sagen wir es so möchtest du Punkte vergeben? 8 von 10 würde ich dir geben boah okay die fandest du jetzt besser als die letzte Folge? ja okay ja ähm ich finde es ist eine Füllerfolge aber ich finde auch für eine Füllerfolge ist die sehr gut weil in der tatsächlichen Geschichte geht es ja nicht wirklich großartig weiter wir kriegen ein bisschen Hintergrundinformationen zu allen Charakteren dass die Hintergrundinfos zur Hälfte naja so die von Jordan und Marie finde ich jetzt beide nicht so spannend oder neu wir wissen dass Jordan irgendwie schon Sachen wusste die die anderen nicht wussten und ja das wussten wir bei Cage ja genauso dass die die Leute Sachen vergessen lassen kann so seit der letzten Folge und dementsprechend war das jetzt für mich die zweite Hälfte war mehr so okay das müssen wir jetzt noch irgendwie auffüllen und da noch mehr reinbringen damit wir auf 40 Minuten kommen oder so und die erste Hälfte fand ich sehr gut ich würde so auf sechs Punkte gehen ja ich ich bin da ein bisschen ähnlich also ich finde mich war das auch eine völlige Folge und mich hat auch ein bisschen einfach das Konzept fand ich nicht so super weil es halt wirklich für mich darauf gewirkt hat hey wir arbeiten jetzt noch mal von jeder unserer Hauptfiguren deren größtes Problem auf und geben der damit noch mal Tiefe es war einfach für mich ein bisschen erzwungen und so richtig deren Beziehung untereinander hat man auch nicht erzählt also ich hätte kein Problem damit gehabt wenn man die die Beziehungen der Charaktere und deren Charakters einfach noch weiter ausarbeitet aber das kennen wir doch eigentlich schon aber ich finde hier wurde jetzt nicht wirklich was neu weiter gemacht ich fand auch einige Stellen super wie gesagt der der Twist mit dass Andrea und Kate schon zusammen waren oder die Soulja Boy Szene oder auch vor allem der Emma und Sam Handlungsstrang aber ich finde einfach für mich hat es an zu vielen Stellen irgendwie so ein bisschen keine Ahnung gehapert und da haben mich so kleine Logikfragen irgendwie so gestört dass ich auch einfach die Folge nicht so super fand also ich wie gesagt die hatte ja gute Sachen ich kann verstehen wenn man die für eine Folge ganz gut findet aber irgendwie bin ich nicht so richtig warm mit geworden ich kann es verstehen weil die halt auch einfach weg von dem geht was wir bis jetzt gesehen haben finde ich ein bisschen auf eine Art die man gut oder schlecht finden kann ja und ich finde dass sie halt nicht nur keine Handlung weiter treibt sondern auch die Figuren einfach nur das bisherige nochmal auffrischt und sagt okay jetzt machen wir damit fertig und danach machen wir jetzt nur noch Handlung statt dass man irgendwie deren Geschichten weitererzählt also ich rede jetzt vor allem von den Jordan Marie andere Sachen weil auch hier natürlich so richtig mit Kate wieder anbunden das gut klappt schon ein bisschen aber nicht so hundertprozentig also ich würde dem wahrscheinlich auch so sechs Punkte geben ja ich meine mit Kate stimmt schon zwischen denen das einzige was sich klärt ist Kate ist nicht die einzige die Fehler gemacht hat aber das wussten wir auch schon ja aber in dem Ausmaß wussten wir es noch nicht das einzige wo ich zustimmen würde ist bei Marie ja da wussten wir sie gibt sich da die Schuld dass sie einen Fehler gemacht hat aber das Ausmaß der Fehler von Jordan und gerade der Twist mit André waren ja total neu von uns und im Endeffekt war ja auch Jordan immer die Figur die Kate Anfang dieser Folge und letzte Folge am meisten Vorwürfe gemacht hat ja und André deswegen natürlich ich fände es jetzt doof wenn wir weitermachen würden mit ja jetzt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und sie verstehen sich super gut aber sie müssen sich halt jetzt gegen den Bad Guy die Bad Guy ähm zusammenfinden und Punkt ja ab nächster Folge geht es glaube ich auch wieder ab also ich glaube da ich glaube auch handlungstechnisch wird da viel mehr passieren ja ich freue mich drauf ich auch ich auch also ich freue mich trotzdem drauf ich habe trotzdem noch immer Spaß an der Serie so ist es nicht aber jetzt haben wir ein bisschen den Spiegel von der zweiten Folge da war es ja auch so dass ich die so schlimm fand und du die nicht so schlimm fandest deswegen ja ne aber ich freue mich auch dass wir mal letztes Mal hatten wir alle die gleiche Meinung war ja richtig langweilig und dass wir jetzt mal ein bisschen diskutieren konnten ich hoffe auch ich habe euch nicht zu sehr genervt wenn ich immer so positiv ne überhaupt nicht eingehakt das ist ja gut wenn jemand auch andere Blickwinkel hat ja dann möchtet ihr noch was hinzufügen oder so oder ich ne ich bin durch bin gespannt auf nächste Woche ich auch wir haben ja jetzt schon während der Folge relativ viel spekuliert wie es weitergehen könnte deswegen müssen wir es glaube ich jetzt nicht nochmal extra sagen aber ich freue mich auch schon auf die nächste Folge und ich freue mich auch schon wieder drauf wenn wir die hoffentlich wieder zu dritt besprechen können gerne und ja dann danke ich euch es hat wieder Spaß gemacht und wie immer wenn ihr mehr von Your Watchlist hören wollt macht es gerne auf Spotify oder auf YouTube auch bei Your Watchlist oder Your Watch Begins auf Instagram und dann bis nächste Woche Ciao 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 Ciao